moin moin leute schön dass ihr wieder reingeschaltet habt hier bei mir auf den kanal und ja willkommen zurück im hts art 5 1730 meilen tour lkw rennen oder wie ihr auch das nennen wollt das ist mir ziemlich banane ich bin auf jeden fall im stress ich versuche das mit diesem fahrt denn es kriegen ich weiß noch nicht ob es mir gelingen wird das ist die zweite übernachtung wir schauen mal wie weit wir kommen auf jeden fall hübsche landschaft hier schön in diesem fels reingepressen aber dann auch rechts und links also jede fahrbahn für sich spulen irgendwie crazy aber gut da ist drum ist so gewollt würden sie machen ich mein teil sehe zu dass ich mit hugo jetzt tatsächlich diesen auftrag abschließe und und wir haben noch ich glaube bei 150 meilen vor uns ungefähr ja und ich bin über 400 meilen gefahren ohne aufnahme weit über 400 meilen ohne aufnahme weit über 400 meilen ohne aufnahme ich wollte keine ahnung davon machen und die eine aufnahme ist mir so abgekackt habe ich gedacht naja gut mein mein gott dann war einfach so gut es geht und mache ich jetzt keinen stress davon ich wollte es ja eigentlich anders machen ich wollte euch ganz gerne auch dies hier eben so Stück für Stück anbieten aber gut man kann nicht alles haben im leben so wir sind relativ weit hoch in den norden gekommen das sieht man vielleicht an den temperaturen aber wir haben keine weit über 30 grad mehr ja ja leute guck mal hier rechts vielleicht viel ist es noch mal eben schnell gucken wo wir sind wir sind in der nähe von dallas oder sind dallas ok und ja hier ist dieser mega staulamm das scheint aber auch dann gleichzeitig in der bundesgrenze zu sein hm ok ah guckt euch das riesen ding an hier nicht schlecht bitte links ja wieder eine lkw und kopf dahinter ja also geht weiter geradeaus ne ihr seht das weiter 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 geradeaus hier hoch mit dallas ok mit eigenem hafen auch nicht schlecht große industrieanlagen hier ja hübsche brücke und eine tut reisenbahn auch sag nicht wir müssen wieder wiegen fahren ja oder die dritte oder vierte waage Gute Neuberechnung Ja, 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 ja So Hat mich wieder Wolltig schmul gekostet hier Geht es hier nur so leicht berghoch, naja Na ja, na ja Hauptsache wir kommen jetzt voran hier Oh, wir fahren gerade aus, ne? Gut Da bist du jetzt auf 60 ein Oh, hopp Okay Okay Huch Was wird das denn? Okay Also links, links höher Hier lang Hier lang Hier rechts runter Dann hängen wir mal später Ich habe gesehen, wie viele Meilen wir noch müssen Nicht zu verachten, ne? Schön, ne? Und schicklos, ja Schön, ne? Schön, ne? Schön, ne? Das passt so ein bisschen aus wie in Norwegen, ey Passt so ein bisschen aus wie in Norwegen, ey Ich trete rechts Okay Okay Viel lang, ja Du bist du jetzt aufs Ja, das passt so ein bisschen aus wie in Norwegen, gingen wir hier Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Gibt es das, wo wir dran vorbeifahren? Vancouver, ja? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Das ist echt eine Zombie-Strecke gewesen jetzt. Ich bin aber auch echt fertig. Wie gesagt, halb fünf. Ich ziehe das in eins durch. Ich mache nur mehrere Teile davon. Ich speichere, aufhöre und einfach weitermache, wenn ich Bock habe. In einem Churn. Nur für euch da draußen, Leute. 10.15 Uhr morgens. Also es ist ganz schön trüb draußen. Aber vielleicht muss das ja so im Norden. Das ist ja bei uns auch so. Wir haben auch im Norden ein bisschen mehr Nebel als sonst wo. Das ist eben so. Das ist eben so. Das ist eben so. Aber er schwingt so vor vor sich her, ne? So hin und her und hin und her. Das ist genau sein Ding. Das ist genau sein Ding. Ja. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt durch. Wir machen jetzt schön Nägel mit Köpfe. Wir machen jetzt noch ein paar 6 Bauen. Hier müssen wir runter. Mit die Auswahl rechts? Genau. Und die wird uns jetzt hier so rüberschlängeln. hier cool hier müssen wir noch dann vorbei der ort schafft hier nicht ganz klar aus fähig nicht mehr viel zu sehen nicht mehr viele leute wer bis jetzt alles geguckt hat und ab ihr habt und baut 400 450 meilen leider nicht sehen können das sind ja technische umstände die ja ich könnte versuchen mit bestimmten programm irgendwas noch zu retten aber die tonspur ist glaube ich weg ja was das ist dann wir sind richtig schrott ja 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 So, wir müssen... Wir müssen hier mal rüber... Weil wir dann später... ...nach links rüber müssen. Ich hoffe, es kommt kein Schiff und die wollen... ...die Brücke anheben. Das ist ja nicht ein Problem. Toll, ne? Ich komme nicht mehr mit rüber. Ja, das meine ich. Dahinten stehen Leute, die unterhalten sich. Aber so viel mehr ist nicht. Also du hast KI-Fahrzeuge hier in den Städten. Das ist auch wunderbar. Aber, ja... Sonst sind die Maps relativ... ...leer, ne? Also du hast keine Tiere hier großartig. Gar nichts da. So... Im ATS oder auch im ETS hier, ne? Das ist beides so ein bisschen... Schade halt, ne? Ach! Guck mal, Leute! Habe ich vorhin von gesprochen, ne? Die Klappbrücke oben. Das ist natürlich lustig. Jetzt geht die Klappbrücke runter. Ne? Hier ist Schiff. Da hinten fährt er. Sieht aus wie ein Hochseeschlepper, ne? Und dann geht die Brücke eben wieder... ...wieder runter, wenn er durch ist. Bis dahin... ...muss alles, was, äh... ...darüber will, halt warten. Das ist definitely so. Das war' dort hinten, sondern links. wenn ich jetzt hier in der ampel nicht in der ampel, sondern einen ticken weiter hier so dann hier links durch hier der hat ja eine tolle farbe die leute so machen wir bitte auf da vorne zum abgabepunkt ein großes gelände, so einmal valentines geschenke abliefern und wir parken es auch noch ordentlich ein das gönnen wir uns noch zum schluss schwupp anbremsen, motor aus abkoppeln schlagfortschritt und da ist er 1736 meilen und ja unterm strich 161 1616 dollars ok soviel zu diesem thema die touren und hat mich riesig gefreut mit euch das zu machen wie gesagt tut mir leid dass mir zwei folgen abgeschmiert sind aber es ist halt wie es ist und ja ich denke mit fünf folgen kommt ihr auch ganz gut klar wenn sie muss einfach beim nächsten video wieder entschuldigung bis dann bleibt ihr gesund ich bin froh daraus und dann tschau tschau 1